Hallo, Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht. Alle Tantretofen. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe mir Modus freigemanget. Das war jetzt aber echte Angst. Ich bin Tony. Tony Erdmann. Nice to meet you. Ich bin Consultant und Coach. Also, das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Ich bin doch keine Feministin. Dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerald. I have to arrest you. Sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. Willst du mich fertig machen, oder was? Wenn es um Ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du sie doch alle! Du bist eigentlich ein bisschen glücklich hier. Es schwören jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Was findest du lebenswert? Ja, da muss man das noch machen und dies. Und währenddessen geht das Leben einfach vorbei. Von den Eltern kann man ja wirklich viel lernen, muss man sagen. Dann wird das Leben einfach zurückgeführt. Dann wird das Leben einfach alleine in or Shy Find. Ja, da muss man dasch fallen球. All diese Đây kann diamonds landetschre訂 Aber ich binич für Kinder undAND Live. Untertitelung des ZDF für funk, 2017